Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute nochmal zum Gotthardtunnel. Ich bin die Artikel nochmal durchgegangen, weil ich dachte so, hey, Moment mal, da sind ja noch mehr eigenartige Zufälle, als mir beim letzten Mal aufgefallen sind. Also unter anderem, dass da eine Autopanne war. Und also wie gesagt, das ist ja schon ungewöhnlich in einem Tunnel. Und nur aufgrund dieser Autopanne ist dann halt eben nichts passiert. Also die Frau, die diese Panne hatte, hat praktisch diesen ganzen Verkehr gestaut und direkt vor ihr sind die Betonteile runtergefallen. Und dann habe ich die Artikel nochmal durchgearbeitet, habe festgestellt, dass immer wieder die Zahl 17 darin vorkommt. Man könnte sogar sagen, darin kodiert ist. Also jeder, der schon mal die Arbeit von FICO mitverfolgt hat, der wird wahrscheinlich bei der Zahl 17 hellhörig werden. Und also auch hier allein in einem Artikel von FOKUS kommt die 17 dreimal vor. Und da dachte ich, okay, also das nehme ich doch nochmal kurz in einem Video mit auf. Ich starte mal hier mit einem Bericht von Weltwoche, der das hier gerade mal aufnimmt, was passiert. Also jetzt ist ja auch noch der Autotunnel gesperrt. Und wie gesagt, sie schreiben, der Gotthardtunnel ist bis auf Weiteres gesperrt. In der Decke gibt es einen Riss. Dies teilt das Bundesamt für Straßen mit. Wie lange die Röhre unbefahrbar ist, ist derzeit unbekannt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in der Nähe des Nordportals, des knapp 17 Kilometer langen Tunnels. Plötzlich stürzten Betonteile von der Decke. Niemand wurde verletzt, wie das Amt bestätigte. Eine Autofahrerin berichtete, sie habe im Tunnel eine Panne gehabt, einige Kilometer vor dem Ausfahrtportal in Richtung Norden. Und dadurch staute sich der Verkehr hinter ihr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich daher niemand auf dem Weg nach Norden, als die Betonteile herabfielen. Also das ist ja schon mal auffällig. Und ich komme auch gleich noch zu all diesen anderen Ungereimtheiten und komischen Zufällen. Aber auch hier, und das schreibt auch einer als Kommentar unter dem Text, ist es natürlich auffällig, dass genau wieder diese beiden Sachen zusammenkommen. Erstmal eine Panne mitten im Tunnel, direkt danach fallen Betonteile von der Decke. Es wird aber niemand verletzt, weil diese Sachen, also ja, wie durch ein glückliches Händchen sozusagen zusammenfallen. Hier und der Kommentar unter dem Text ist, der Tunnel ist wegen einer Panne nicht befahrbar. Wie oft kommt das vor? Es gibt das. Ich habe es aber noch nie in einem Tunnel erlebt. Und genau in der Zeit brechen Teile der Tunneldecke im nicht befahrenen Teil herunter. Das sind seltsame Zufälle. Gut zumindest, dass niemand verletzt oder gar getötet wurde, aber seltsam ist das. Ja, das fällt schon auf. Und wie gesagt, vor allem auch bei diesen mehreren Zufällen. Also das wäre jetzt ja eine Sache, wo man sagen könnte, also das ist ja wirklich eine glückliche Führung. Aber zusammen mit all den anderen Dingen. Tja, also in den letzten Wochen muss man ja schon sagen, also hier ist ja der mathematische Zufall eigentlich schon ausgeschlossen. Und weiter im Text, sollte die Sperrung des Gotthard-Tunnels länger andauern, könnte sie mit nächtlichen Sperrungen im San Bernardino-Tunnel im Oktober zusammenfallen. Wie vom Astra-Sprecher angekündigt. Im letzten Monat gab es 17 nächtliche Sperrungen in beiden Richtungen aufgrund von Wartungs- und Sanierungsarbeiten. Als Umleitungsstrecke wird der Gotthard-Pass empfohlen, obwohl er insbesondere für Camping-Anhänger nicht unbedingt befahrbar ist. Also auch hier wieder die 17 und man muss sich halt fragen, ja war da nicht was? Und halt wie gesagt, das wird ja oft in Verbindung mit, also halt auch Aufräumaktionen und Whiteheads, alles mögliche gebracht. Ich muss sagen, also mir fällt die Kodierung nur auf, einfach weil ich halt auch oft bei FICO mitlese. Dazu fehlt mir also wirklich fundiert das Wissen, muss ich einfach auch zugeben. Aber nichtsdestotrotz merke ich doch, wenn also nicht nur einmal die 17, sondern mehrmals die 17 kodiert ist und dann spitze ich doch die Ohren. Und also wie gesagt hier, das ist ja gleich zweimal nur in diesem Text. Sie schreiben ja im letzten Monat gab es 17 nächtliche Sperrungen und sie schreiben halt eben auch, der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in der Nähe des Nordportals des knapp 17 Kilometer langen Tunnels. Wenn du jetzt denkst, das ist zweimal die 17 in einem Text, kann ja mal passieren, dann, also Fokus legt nochmal einen drauf. Fokus hat ja auch darüber geschrieben, jetzt ist von Fokus.de, sie schreiben, am Sonntag waren nahe des Nordportals des knapp 17 Kilometer langen Tunnels plötzlich Betonteile von der Decke gestürzt oder weiter im Text, täglich sind dort in beiden Richtungen zusammen rund 17.000 Fahrzeuge unterwegs. Und das ist ja eine Info, die muss ja nicht in diesen Text rein, genau wie bei Weltwoche, wo sie halt einfach schreiben, ja, dass es da 17 nächtliche Sperrungen in beiden Richtungen gab. Das sind eigentlich für die Sache, die da passiert ist, für die Tunnelsperrung, also eine völlig überflüssige Information und dennoch haben sie sie mit aufgenommen. Und noch einer hier im Fokus, 17 Mal sei die Route im Oktober wegen Wartungs- und Sanierungsarbeiten jeweils zwischen 22 und 5 Uhr in beiden Richtungen nicht befahrbar. Also auch hier könnte man sagen, Leute, wen interessiert das? Aber, also im Fokusartikel ist die 17 sogar dreimal, ja, also mit aufgenommen oder kodiert, wie auch immer man das halt eben sagen möchte. So, und ich zähle auch nochmal kurz all die anderen Zufälle zusammen. Also man vergisst das ja auch gerne mal in diesem, ja, Mikrokosmos, wenn man sich nur eine Sache anschaut. Aber eben Zufall 1 ist, und das schreibt auch SRF.ch, es gibt wohl keine Anlage in der Schweiz, die so intensiv gewartet werde wie der Gotthardtunnel, ja. Und trotzdem ist da ein riesengroßer, nicht nur ein riesengroßer Unfall, sondern jetzt schon zwei große Unfälle sozusagen passiert. Und das halt eben in einem sehr kurzen Zeitraum. Zufall 2, die Unfallursache, schreibt auch SRF.ch, die Ursache für den Unfall im Gotthardt-Basistunnel am 10. August scheint klar zu sein, laut der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle war es ein Radscheibenbruch. Einer von 30 Güterwagen entgleiste, lief über viele Kilometer außerhalb der Schienen, wurde aber weiterhin mitgezogen. Und also da schreibt ja auch Bahninfrastruktur, also von der SBB-Seite, da schreiben sie dazu, dass es halt eben wirklich als absolut ausgereifte Hightech-Sicherheitstechnologie gibt. Unter anderem dafür verantwortlich, dass sowas nicht passiert ist, die sogenannte Heißläufer- und Festbremsortungsanlage, die die Temperaturen von Achslagern und Bremsen bei Streckengeschwindigkeit überwacht. Also hier mal ganz kurz von der Seite. Also detektiert Schäden an Achslagern oder erkennt defekte Bremseinrichtungen. Oder hier ganz explizit, was sie als Unfallursache angeben, verhindert Rad- und Bremsscheibenbrüche. Also das, was offiziell eben angegeben ist. Und verhindert Entgleisung und Brände. Überall eben, also hier in der Technologie schreiben sie, dass es mit Infrarotdetektoren passiert. Also auch wieder ein Zufall, dass du halt wirklich eine ausgereifte Sicherheitstechnologie hast, die normalerweise den Zug abbremst und die das aber nicht erkannt hat. Und dann eben mitten im Tunnel ist das halt passiert. Und dann kommt der nächste Zufall, Zufall 3. Das schreibt serf.ch. Erst an der Multifunktionsstelle Faido eskalierte die Situation. Also der Zug ist in den Tunnel eingefahren. Diese Sicherheitsanlage hat es halt eben nicht erkannt, dass da eben was ist mit dieser Radscheibe. Und sie schreiben weiter, Der defekte Güterwagen fuhr nicht geradeaus, wie von einer der Weichen vorgegeben, sondern wurde abgelenkt nach rechts in den Spurwechsel zur Oströhre. Die hinteren 15 Wagen folgen ihm. Also du siehst hier mal die Situation im Gotthard-Basistunnel. Du hast also diese zwei Röhren und extra wenige Weichen, die da verbaut sind, damit halt eben eine größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist. Damit da halt eben keine Züge im Tunnel entgleisen können. Was aber nun eben gerade mal passiert ist. Und das sagen halt auch die ganzen Sicherheitsexperten. Wie gesagt, wenig Weichen. Dann sind es Anlagen, die auf hohe Geschwindigkeiten extra ausgerichtet sind. Und diese Weichen sind allein schon 100 Meter lang. Und sie sind so konstruiert, die Weichenzungen, dass sie mit großer Kraft in ihrer jeweiligen Position verriegelt sind. Wie gesagt, all das ist ja extra gemacht worden, damit es halt eben nicht zu solchen Unfällen kommt, zu dem es jetzt aber eben kam. Gemeinsam mit den anderen Zufällen. Und auf srf.ch lassen sie auch den Bahnsicherheitsexperten Ruhe die Moor zu Wort kommen. Und er sagt, dass der Zug abgelenkt worden ist in den Spurwechsel. Das ist eigentlich das, was mir als erstes durch den Kopf ging, wie das hätte passieren können. Und dieser Ruhe die Moor entwickelte die Sicherungsanlagen im Gotthard-Basistunnel mit. Und er sagt auch, die Weichen sind eigentlich so konstruiert, dass sie Zungen halten sollten, damit so etwas nicht passiert. Ja, und dann haben wir halt eben den vierten Zufall. Das ist ja, was ja jetzt gerade aktuell ist. Dann wenige Tage später die Panne im Autotunnel eben direkt vor einer Stelle, an der kurz darauf Betonteile von der Decke fallen. Und genau durch diesen glücklichen Zufall wird halt eben auch glücklicherweise niemand verletzt. Daraufhin wird nun auch der Autotunnel gesperrt und alles wird halt eben über den Gotthard-Pass umgeleitet. Also was da jetzt noch eben an Autoverkehr ist. Und der Zufall 5, und das finde ich eben auch bemerkenswert auffällig, dass die Zahl 17 gerade bei diesen Vorfällen im Autotunnel jetzt immer wieder codiert wird. Also zweimal im Weltwocheartikel und sogar dreimal im Artikel von fokus.de. Da muss man sich auffragen, naja, ist das nun auch alles wieder ein Zufall? Oder kann man darin halt eben ein Muster erkennen? Und fairerweise, James aus der Schweiz hat mir geschrieben, dass das halt eben auch alles ganz normal sein kann. Also er schreibt mir in der Mail, die geologische Situation der Schweiz ist weltweit einmalig in ihrer Vielfalt auf kleinstem Raum. Durch diese Überbelastung, also weil da halt eben so viel Verkehr auch durchgeht, sind weite Teile der Infrastruktur in einer ständigen Mikroschwingung, welche zu Materialermüdungen weit vor dem berechneten Zeitpunkt führen kann. Es ist nicht das erste Mal, dass in Gotthard-Straßentunnel sich Auskleidungselemente gelöst haben. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Der Tunnel ist in vielen Bereichen nah am Lebenslimit des Materials. Also obwohl er noch relativ neu ist, sagt er, dass da einfach, also weil diese ganze geologische Situation und weil der Verkehr halt viel zu stark ist, also es ist nicht für diesen Verkehr ausgelegt eigentlich, dass deswegen der Gotthard-Tunnel ja schon wieder, ja eigentlich, also wie er schreibt, nah am Lebenslimit seines Materials ist. Aber, und das ist jetzt meine Frage an dich, also aus meiner Sicht sind das alles keine Zufälle mehr. Also wenn man am Anfang noch gedacht hat, das kann mal passieren. Und mir haben auch Leute geschrieben, das war ja auch in Eschede die gleiche Unfallursache. Und natürlich gibt es auch eine Verkettung von Zufällen, gar keine Frage. Aber wenn das jetzt noch im Autotunnel so weitergeht, wenn dann also noch die 17 immer wieder drin vorkommen, muss man sich ja fragen, also was will man denn dann noch glauben? Also es gibt auch unter meinen Zuschauern ganz viele, die sagen, ich glaube, dass das alles rein zufällig passiert. Aber es gibt eben auch sehr viele, die sagen, ich glaube mittlerweile nicht mehr an den Zufall. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Weiterhin, was du darüber denkst, schreib mir das unten in die Kommentare. Und auch, wie gesagt, danke, danke, danke an all diese spannenden und wundervollen Kommentare, die halt immer wieder mich erreichen. Also mich interessiert das total. Und da sind immer wieder neue Spuren dabei, immer wieder neue Dinge, wo ich auch denke, ja stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das hier zum Beispiel hat mir Sandro geschickt. Danke an dieser Stelle an dich, dass er halt meinte, ja guck mal, also das mit der Autofahrerin. Und da habe ich auch gemerkt, ja stimmt. Und dann reiht sich das halt eben in diese Kette der Zufälle ein. Also ich muss halt sagen, es ist schon auffällig, und vielleicht sind es sogar zwei getrennte Ereignisse, dass wir einerseits dieses Zugunglück haben und dann auf der anderen Seite halt eben diese Autopanne und die Betonteile, wo wir diese 17 mehrfach kodiert haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was meine Zuschauer hier wieder alles zusammentragen an Kommentaren. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Danke an alle, die mich unterstützen. Und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.